Ich guck, ob sie geflasht sind, wenn ich sie flashe. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu den Guardians Missionen. Wir spielen heute die Firekills Mission. Big VR ist auch am Start. Hello! Ich bin gespannt, ob das schwierig wird oder sehr einfach. Oh my god, look at this, Herald. Kann hier sogar die Treppe hochgehen, krass. Oh, ich höre sie. Hier sind sie schon alle. Oh, fuck you fuck. Oh my god. Direkt das Ding kaufen. Krass, wie teuer das ist bei City, das ist nicht Schweinerei. Hightech, das ist halt Hightech. Ich hab mir nur direkt die Duals gehört auf. Ach, stimmt, guter Plan. Mit dem Doppel-Revolver bin ich da schon. Hab ich am Start, Böööö. Mir wurde übrigens gesagt, die Bots suchen einen immer 15 Sekunden lang. Wenn man sich so lange versteckt, dann suchen sie einen nicht mehr. Echt? Nein, der ist dreimal angeschossen. Bleibt drin. Nein, der ist nicht gestorben. Was für ein Pisser, ey. Scheiße, jetzt habe ich ihn gekillt. Ich Dummbats, ich habe auch noch einen Molly. Das ist auch scheiße. Ich hab ihn dreimal angeschossen. Ich zeig mich einfach die ganze Zeit. Fackelt ab, fackelt ab, fackelt ab. Ja, 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 ja. Easy man, easy. Ja, das mit diesen 15 Sekunden ist scheinbar eine wichtige Sache für später, wenn wir irgendwelche Leute tasern müssen und verstecken und was weiß ich. Oh, ja. Molly ist raus. Gut, 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 gut. Kann ich naden oder sind die schon geschwächt? Die sind, glaub ich, schon geschwächt. Ich geh mal zur Seite. Molly die einfach mal unten rein. Nice. Zwei. Ich bin tot, fuck. Oh Gott. Schade. Aber drei hatten wir schon mal, es war ja gar nicht so schwer. Und wir sind erst bei vier Minuten Aufnahme, also easy peasy. Komm schon, fackelt ab. Okay, okay. Hinter dir ist auch einer. Nice, nice. Ah, schade, ich hatte das Zweiter, da wäre auch noch ein Feuerkill. Es ist so eklig, wie die sich einen Down dann wieder zurückziehen. Das nervt richtig, das sollten sie nicht machen. Jetzt ist er wieder weggegangen, was für ein Pisser. Ich fülle mal einfach eine Umb mit dazu und dann passt das. Die sollen sich auf dem Spot sammeln und dann fackeln wir sie ab. Okay, ich hau mal einen Molly rein. Ja, einer ist voll reingelaufen. Jawohl. Okay, sorry. Ja, noch einer. Ich habe jetzt auch noch einen Molly. Okay, warte, wir gucken mal, was die machen. Okay, kannst du, kannst du schmeißen? Oh nein. Da ist noch einer, da ist noch einer hinter dir. Wann? Du musst ungeschwacht sein. Na, er geht zurück ins scheiß Ohr. Fuck and life me! Ich wollte die durchs Feuer drücken, weil ich... Ich habe 113 Damage gegeben, schon wieder 113 in vier. Vielleicht haben die einfach mehr manchmal. Ich weiß es nicht. Das ist ein Ultrafail. Boah, die sind gut angefragt. Achtung, ich schmeiß ihn Molly. Jawoll. Noch einer, noch einer. Komm schon. Ach, schade, schade, man. Dass er da rausrennen muss, der Drecksack. Das geht doch nicht. Hast du die schon angefragt? Einen habe ich zweimal angeschossen. Nice, nice, nice. Der fackelt. Nice. Ich lade kurz nach und guck mal. Da kommen zwei. Ah, fuck. Warte, warte. Ja, ja, warte. Vielleicht fackeln die ab. Komm schon. Ah nein, der ist nicht ganz drin. Scheiße, man. Fuck. Okay, aber zwei. Ja, ich kam auch direkt runter und habe einfach dem ersten einen Headshot gegeben. Das ist geil, wenn die von da unten kommen, weil du kannst dich da oben auf diese Kante stellen und die erwarten dich da irgendwie nicht direkt. Hier ist mein Scheißeimer. Hihi. Denkst du, wenn die blind sind, bleiben die stehen? Ich hole mal einen Flash. Das wäre, das ist eine gute Idee, hey. Fuck, ich habe keine mehr. Die Ultramission, die müssen Flash abbrennen, während wir geflasht sind. Ja, hier unten kommen sie wieder. Shit. Ich habe einen lucky Headshot, Alter. Molly? Okay. Beide rennen raus. Scheiße. Einer ist abgefackelt. Einer ist abgefackelt. Nate ist raus. Jawoll, haben sie gefressen. Nice. Ich hau auch noch ein Feuer da vorne. Ach fuck, ich habe das vorhin in deinen Arsch geworfen. Nein. Scheiße, Mann. Das ist wirklich unbelievable. Will die gleich weglaufen? Das ist doch zum Kotzen. Wie wollen wir das machen? Okay, warte. Ich hau auch noch mal einen raus. Der Pisser da auf dem Ding hat. Das ist M4. Guck mal, wer da steht. Guck mal, wer da steht. Wo sind die anderen Löcher jetzt hin? Heidei. Ich gucke, ob sie geflasht sind, wenn ich sie flashe. What, 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 what? Also nein, also nein, nein, nein. Ja. Okay, shit. Ich bin aber jetzt echt gleich in den Arsch geknitten. Wow. Oh mein Gott. Woh. Es braucht nur einer hier auf Mitte rumzuschleichen. Spannende Musik. Jetzt? Ja, sobald ich das Stream Deck hab, kann ich das auch machen. Super, der letzte ist jetzt so ein Camper, der mich dann Lucky weg holt. Ah, da war. Durchatmen, durchatmen. Ach so, warte. Hier ist mein M4. Hey, 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 hey. Ja, ich hab's. Ja, nice. Wollte grad sagen, ich hab's voll gehört. Ich weiß, wie er gefragged ist. Ungefragged. Es sind noch vier, ne? What? Bei mir. Oh Gott. Ja, er kommt von Treppe. Scheiße. Und mich hat er geflasht? Da brennt ihr Pisser. Oh, da hinten ist auch noch einer. Okay, oben kommt einer. Aber wo ist der letzte? Bei mir. Ehhh. Ehhh. Doch. Achtung, Nate. Schmeiß. Nice. Ich hab auch noch Molly geschmissen. Aber ich hab meine Waffe verfrüht. Ah, die hauen ab. Einer noch, einer noch. Okay, okay. Ultrasafe. Ultrasafe. Oh ne. Das ist eine Leiche. Alter, es kam direkt einer um die Ecke und hat mich abgeaimt. Sofort. Nice. Und dann noch sieben Schuss. Fuck, fuck, fuck. Nice. Der letzte Ball. Ja! Er ist verreckt! Hahaha. Er ist einfach verreckt, man. Wie bescheuert ist das? Bitteschön. Er ist einfach ins Wasser gesprungen. Ja. Er wollte nur eine Runde schwimmen gehen. Ey, aber du hättest es sehen müssen. Diesen Knirch. Gerade eben da auf, ja. Hier oben eben. Ab nochmal. Das fand ich mehr cool, was der getrieben hat. Ich bleib hier oben stehen. Ja. Ja! Ja! Sogar zwei. Schick, man. Schick. Oh! Oh mein Gott, was ist das? Binde Berlin und hab ne ultrakrasse M4. Alter, bitte. Seid Trillionen Euro wert. Factory mit 3 Statrix dann. Neues Auto Berlin. Ich würd sagen ne Mansory. Das muss man direkt durchgeben, die Werte davon, Alter. Richtig. Also die ist zumindest Purple, ne? Purple heißt Purple. Ja. Und ich hab ne Contrast Spray gewonnen. Du wißt, ich glaube aber die ist auch einiges mehr. Ja. Ziemlich sickes Teil. Nun gut. Dann les ich mal diese... Etwas. Einsatzerprobekleider nur. Shit, dude. Ich würd den Markt verkaufen. Achtung. Komm schon, Alter. Ich sag 25 Euro. 5,15 Euro. Aber hey. Aber hey. Berlin. Das ist doch mal optimales Giveaway-Berrel. Kannst du mal naushaue, das Ding. Aber das ist pepperisch raus, wech. So geht das. Das war irgendwie eklig. Das war eigentlich leicht. Also ich glaub, hätte man Lack gehabt, hätte man das in 5 Minuten erledigt. Aber wir haben nicht so viel Lack gehabt am Anfang. Also wir haben uns in einer Runde beide knifen lassen. Das war schon wirklich seltenämlich. Also ich glaub, wir... Ich fand's hier echt nicht schwierig, die Mission. Ne. Aber vielleicht ist es auch nicht diese Molly-Mission, die viele angeklagt haben als schwierige, sondern eine andere, die noch kommt. Wo man blind sein muss, wenn man Molly schmeißt. Blind Molly und man darf nur 1 HP haben. Maximum 1 HP. Eher weniger. Man kann nur nerven, keine Waffen. Du musst aus dem Tod heraus 5 Kills holen. Mit einer fallen gelassenen Granate. Ja, okay. Nice, nice, nice. Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns lösen und werdet die letzten Worte. M4A4 Daybreak. Outro